Okay, jetzt reagiere ich mal wieder auf eine weitere The Last of Us Parodie. So was hier. The Last of Us Cartoon Animation Parody. So, rein in die Scheiße, los geht's. Schönes Intro, würdest du sagen? Hm. Äh. Aha. Ja. Einfach mit einer Schere in den Hals und ein Clicker, ne? Oh, no. No more shit left. The ammo is almost gone. This place is filled with clickers. Oh. Äh, Ellie. Is that a knife? Yeah, what do you think? You had a knife this whole time. Ist halt wirklich so, ich würde auch ausrasten. Wenn man die ganze Zeit nur irgendwelche halben Scheren verwenden müsste und Clicker um so bringen. Und Ellie, nee, die hat ja ein hochqualitatives Messer die ganze Zeit bei sich, ne? Und gibt's nicht mal Joel. Und gibt's nicht mal Joel. Nee, natürlich nicht. Die macht das für eine eigene, für ihr eigenes Massakerfest oder so. Nee. Nicht mal einmal. Was soll das? Aha. Why would I not? Is... Oh oh. Was? Was war das? Äh, ich liebe es fast. Aber nur fast. Come on, Joel. Let's go. Ähm. What are you doing? Let's leave. Shut your mouth, Elton Beach. I'm looking for gears. Alles klar. Was war das klar. Okay. I'm gonna look for a way out. Ähm. There it is. Let's go. Ähm, Joel? Ähm. Yeah, what now? Oh nein. Ähm, I can't swim. Is this some kind of Joel? Is dead on my back or something? No, can't you find a piece of wooden plank that is perfectly laying here for me? Oh Gott nein. Is it too much grass? Oh, der tut mir schon fast leid. Aber nur fast. Er tut mir leid. Never mind. I'm the queen of the world. Ich wollte das auch gerade sagen. Elisa ist die Königin der Welt. Ach. Alles klar. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe nie genau gesehen, das gesehen und mehr. Ach Gott, ich scheiß mich ein. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, davon gibt es mehr, weil ich will meine Körnzellen zerstören und ich will auch eure zerstören. Also, naja. So ist es halt. Just keep quiet. Gute Idee. Alright. Now I really want you to stay quiet. You're gonna get out of here without getting any attention. Das ist eine gute Idee. Aber ich glaube, die Klicker hören ja auch ganz gut. Wegen dieser Infektion und so viel wie ich weiß, haben die irgendwie ihr Gehör verbessert. Also nein, das meint somit eher so ein Echolot, wie die Fledermäuse haben. So was gibt es ja auch wirklich so eine Art Infektion bei Ameisen und so. Aber das war ja zu viel. Echter Scheißgelaber. Jetzt gehen wir wieder weiter. Okay, let's go. Oh Gott, wo ist sie jetzt hin? Wo ist sie hin? Ist das dein Ernst, Eddie? Ist das dein Ernst? Wetten die Klickerfeinden Joel an? Ich hab's gewusst. Ich hab's noch drauf beschwört. 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 Okay, was jetzt? Das ist ein zweiter Art. Genick brechen. Hey, Joel. What? Can't you see I'm in the middle of something? Hä? Wanna hear a joke? You gotta be kidding me. Oh Gott, das wird dann wie eben sowas umverändern. Tu das bitte nicht. All thanks to you. Bitte tu's nicht. Ich hab dich gewarnt, Joel. Joel, ich hab dich gewarnt. Du hättest das nicht tun sollen. Ich sag jetzt nicht. Okay, das war leider so eine etwas kürzere Reaktion. Wie man sieht, das war nur drei Minuten oder so. Ich bin traurig. Ich werd bestimmt noch mehr kommen. Ich verspreche das mit meinem Leben, verdammt. Okay. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich geh mich jetzt vergraben und nie wieder. Aber sie sind doch kommen. Ich hab dich jewels, was ich jetzt nicht mehr. Ich hör dich etwas. Vielen Dank.